Hi, kurz zum Installationsprozess. Du musst nichts anderes machen, als hier die mitgelieferte Lua-Datei in Fusion reinzudroppen und schon sind die Transition installiert. Hit OK und Restart. Und wenn du immer noch ein größeres Transitionspack brauchst, dann kauf dir mein großes Transitionspack, wo 30 von den Teilen drin sind. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.